Die Allianz ist uns auf den Fersen. Bewegung! Wir dürfen unsere Position in Arcadia nicht verlieren, Gentlemen. Sichern Sie eine zu verteidigende Stellung und halten Sie sie, bis wir Verstärkung schicken können. Ich habe das Gebiet gescannt. Die am besten zu verteidigende Stelle ist ein Krater, ein paar Kilometer südlich den Highway entlang. Gehen Sie zum Krater! Ignorieren Sie den Feind hinter uns! Nicht stehen bleiben! So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Halo Wars. Wir müssen jetzt von Arcadia fliehen, irgendwie, beziehungsweise es halten. Mal gucken, wie wir es am besten hinkriegen hier. Unsere verbleibenden Einheiten hier. Wir müssen jetzt hier erstmal überall durchstoßen, ohne anzuhalten, möglichst. Mal schauen, wie das, wie gut das funktioniert. Bisher sieht es einigermaßen gut aus. Viel müssen wir jetzt auch gerade nicht tun. So, bis hierhin zurückziehen. Das tun wir jetzt auch. Schaffen Sie den Feind aus dem Krater! Ja, wir vernichten ihn, größtenteils, hoffentlich. So, sehr schön. Wir haben nur wenig Zeit, die Basis auf Allianz-Angriffe vorzubereiten. Also los! Ja, schneller! Aber klar, bereit! Wir setzen im Krater eine Kommandozentrale ab. So, ihr geht mal da hin, alle. Ihr holt mal das da hinten. Du auch. Hier könnte noch jemand hin. Feuerbasis bereit. Oh, du kannst heilen, das ist gut. So. Andere UNSC-Einheiten wurden informiert und ziehen sich zu ihrer Stellung zurück. Okay, das ist sehr schön. So, Versorgungsmodul. Kaserne kommt hierhin. Und Reaktor nach hinten. Bereit! Losfahren! Du holst hier noch ein bisschen was. Sehr schön. Hoffe ich, dass du ihn auch heilen kannst hier. Versorgungsmodul vollständig. Kannste? Ne, kannst du nicht. Verdammt. Rücker aus! Ja, das ist nicht so gut. So, wir machen schon mal... ...die Station. Das, was wir ja vollständig behalten, weil das ist gut. Bin einsatzbereit. Also von der letzten Folge noch. Feindlicher Angriff. Kaserne vollständig. Kaserne vollständig. Kaserne vollständig. Kaserne vollständig. Wir gehen mal weiter nach vorne hier. Ja. So, komm her. Ihr geht mal dahin. Du kannst dann nicht nochmal hin. Okay, du gehst dann eben dahin. So. Haben wir eine kleine Stellung. Du gehst einen weiter. Ah, was machen wir mit dir? Keine Ahnung. Forge, du bist so sinnlos. Natürlich nicht, aber... Es hat nicht wirklich viel, was man machen kann. Das ist blöd. Weil die... Na. Okay. Ui. Hier haben sie eine Station hingebaut. Ah, das wird lustig. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das können wir noch machen. machen wir noch mal ein Versorgungsmodul. Angriff. Danke für die Deckung. Wir können jetzt helfen. Vielen Dank. Mal ein paar Einheiten. Und ein... Fahrzeugabwehr. Gut. Wir sind unterwegs. Sehr schön. Warte auf Befehle. Oh, Flammenwerfer. Ja gut, die kann ich hier vorne jetzt schlecht platzieren. Bin unterwegs. Versorgungsmodul vollständig. Kommt mal dahin alle. Blendgranaten. Ein zusätzlicher Marien. Marien aus. Ja gut. Was? Große Plasma-Waffe? Mega geschützte Allianz. Wir müssen es irgendwie ausschalten. Oha. Das sieht nicht gut aus. Wo können wir lang? Kannst du hier oben hin? Würde ich mich jetzt ein bisschen... Oh ja. Das geht sogar. Frischfleisch erforscht. Äh, du nicht. Du gehst mal hier mit. Achso, du musst noch an Stille gebraucht werden. Uh. Okay. So. Dann haben wir dich. Ihr seid am Zug. Gehen los. Sammel das schnell ein. Haben wir das. Jetzt irgendwie an das Geschütz kommen. 2-9. Haben Nachzügler für Sie. Erbitten Deckung. Ja, Sir. Ich helfe ins Backe. Sie geht. Nachzügler. Feindlicher Angriff. Roger. So, wo sind sie? Hier. Na, schaffen sie das. Ein bisschen zerstört, aber sonst... einigermaßen in Ordnung. Hier könnte noch eine Basis entstehen. Dank für die Deckung. Wir können jetzt helfen. Oha. Oh, das... Äh... Sieht schlecht aus. Oha, zieh dich zurück. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Zumindest nicht so. Auf dem Weg. Was wird gebraucht? Ah, wir bräuchten irgendwelche Leute, die... Ja, losfahren. ...reparieren können. So, einen beweiterten Reaktor. Adrenalinverstärkung. Ah, ey. Festungserweiterung vollständig. Reaktor verbessert. So, das machen wir mal. Du bist durch. Luft. Ein Fahrzeug. So, das fehlt hier noch. Versorgungsmodul aufgerüstet. Sehr schön. Bazooka. Befehle. Ist ihn los. Vielleicht mal da. So, weil es sieht ja ganz okay aus noch. So. Du... Genau. Da. Ne, warte. Du gehst. Einmal Fahrzeugdepot vollständig. Gehst bitte da hin. Wir können nochmal hier hinten. Fahrzeugdepot. Hornet. Ein Vulture. Megasperrfeuer. Mega Sperrfeuer. Bordschützen. Ich glaube, wir machen mal so ein paar Hornets. Feindlicher Angriff. Das kann jetzt ganz schön lange dauern hier. Ah, die gehen weiter. Das ist gut. Das ist Skorpion. Wie eine Cobra und eine Wolverine. Flugabwehrgeschütz. Du bist ja für Fahrzeug und du... Ja, für... Eigentlich nichts. Okay. Hier geht da hin. Ja, Sir. Feuer im Anmarsch. Hier ist ja trotzdem... Warte, ihr könnt mal die Sachen einsammeln. Ei, ei, ei. Warte mal, du könntest... Oh nein. Nein, du kannst ja nicht hin gehen. Aber du gehst mal hier hoch, bitte. Nee, auch nicht. Könntest du nicht fahren. So. Und jetzt hier. Ach nein. Musst du immer da hingehen, wo die... links ist. Oh. Und jetzt bist du tot. Okay. Pech gehabt. So, dann gehst du hier hin. In der Hoffnung, dass irgendwas noch geht hier. Musst irgendwie da bleiben. Das geht nicht anders. Bazooka. Komm schon. Reserven. Hier gibt's. MAB-Kanonen wird auf zwei Schüsse erhielt. MAB. Na denn. Wir brauchen noch einen Generator, aber wir können hier nichts weitermachen. Du kriegst erstmal einen Grenadier. Skorpione können wir eigentlich nicht wirklich brauchen. Wir machen noch ein paar Hornets hier. Ja, noch ein Ressourcen. Bla bla bla. Sehr schön. Na. Na gut, das Ding ist eh platt. Ich würde ihn gerne auswählen können, jetzt. Na gut. Geht der hier so? Wraith ausgeschaltet. Zwei von fünf. Naja, okay. Grenadier erforscht. Geht noch ein Stück höher, bitte. Und ihr geht da mithin. Ja. So. Und mehr Ressourcen benötigt. Hören wir noch einen Skorpion dazu. Du bist platt gleich. Du gehst da in Stellung. Überfliegen mal das Gebiet hier und versuchen irgendwas hier daran zu machen. Es bringt zwar nicht viel, die da hin zu schicken. Die werden jetzt eh gleich platt sein. Aber naja. So, echt auch. Sind ganz schnell platt. So. Oh, so geht das eigentlich ganz gut und besser als erwartet sogar. Wir werden zwar angegriffen von den kleinen Dingern hier. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Solltest du nicht da in Stellung gehen? Äh, okay. Na gut, wirst du jetzt eh nicht mehr überleben. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Ei, 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 ei. Panzer, Skorpion, zwei. Ja, ich hoffe, ich kann dir die auch geben, die Deckung. Diese Schilder, ey, die sind so nervig, diese Schilder. Zum Glück haben die eine Bazooka dabei. Okay, sieht ganz gut aus. Nächster dahin. Eigentlich muss der mal weg. Was machen die eigentlich da? So, wie geht's da hin? Kräfte mal an da. So, was ist mit den Dingern? Jetzt könnt ihr jetzt wieder zurückziehen. Naja, geht da einfach hinter. Ist jetzt auch nicht schlimm. Du hast es noch überlebt bisher. Geh mal bitte da hin und versuch irgendwie hinauszuschalten. Wie auch immer du es anstellen willst, aber naja. Sehr schön. Deine letzte Amtshandlung. Das reicht dann auch. Musik, genau. Das wär's jetzt noch. Schöne Musik. So, ihr kommt mal hier hin. Das sind ein paar Hornets hier. Schon mal. Das Ding ist auch weg weg hier wieder. Na super. So, kannst du wieder dahin gehen. So, wie geht's aus. Ghost Kanone. Ja, wir brauchen nur leider. Hier ist ein Sanitäter. Ja, super. Ja, sowieso. Oh nein. Forge ist gleich down. Super. Hat's gerade noch so überlebt gerade. Marines ist bereit, Sir. Die haben... Wieso hat der denn Schrotze? Wieso haben die Schrotzen? Das bringt doch gar nichts. Hornet hilft ab. Na gut. Marines ist einsatzbereit, Sir. So, Hornets sind gleich stark klar. Die Marines auch. Schicke ich die gleich hier hin. Aber die können... Naja. Können eigentlich nichts machen da so richtig. Die müssen eigentlich hier runter. Bevor die hier sind, sind... Sowieso weg. Aber die Hornets schicken wir sowieso vor. Oder die... Marines gehen dann mal da hin. Die Hornets gehen hier oben hin. Können wir hier nämlich was hinbauen wieder, wenn wir... ...was geschützter haben. Gut. Hier macht die irgendwie platt. So. Genau, welch mit denen. So, dann geht ihr vor. Gut. Und ihr geht jetzt da hin. Ei, 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 ei. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die... ...so doll reinhaut. Ja gut, damit sind die wohl weg. Holt euch noch das Zeug. Und ihr versucht irgendwie zu überleben. Vertrauen Sie mir, Sie werden nicht enttäuscht sein. Ja, hoffentlich. So, hier habt ihr jetzt noch das Problem. Das geht aber ja einigermaßen, weil ihr geschützt seid. Spartan Team Omega ist abflugbereit. Pelican ist unterwegs. Oh, super. Oh, super. Spartan Team Omega unterwegs. Super ist Spartan. Die Elite-Kämpfer sozusagen. Gut, wo sind sie? Da. Mehr Spartans! Serena, Sie sind ein Schatz. Klare Sache. Vielen Dank. Dann geht ihr einfach mal hier. Unterwegs. Einfach mal ganz schnell weg da. So, du kannst... Wenn du die ausschaltest, das ist super. Ja gut, das war jetzt abzusehen. Wir räumen den Mist auf. Ja, ihr könnt hier gleich ein bisschen sichern, wenn das Ding hier weg ist. Befehlens, das Mega-Geschütze ist ausgeschaltet. Gute Arbeit. Sehr schön. So, Spartan, wo seid ihr? Nehmt ihn noch mit. Und die auch. Ich bin dran. Könnt ihr hier hingehen? Mal sehen, was die Spartans draufhaben. Bringen Sie die Allianz zurück. Vorne zieht los. Jairus, Einsatzbereit. Okay. Ja, du kannst sie schon mal ein bisschen aufwärmen hier. Und ihr legt sie dann. Schon da. Nichts einfacher als das. Ziel anvisiert. So, weg mit denen. Jeder wette. Auf dem Weg. Dann ein paar hin. Verstanden. Da kann einer hin. Abrücken. So, und die, die jetzt übrig sind, können wir hier hin. So. Bauplatz sichern. Hier habt ihr noch alles im Griff. Super. So, das Ding ist gleich gebaut. Na warte, Befehl. Einer kann mal die Zeugte aufsammeln. Feuerbase ist bereit. Sehr schön. Können wir gleich abgraden. Ausgezeichnet. Hier schon mal einen Reaktor hinbauen. So, jetzt, jetzt sind wir hier fast überlegen. Nächsten Reaktor. Ein paar Versorgungsmodule. Und die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Machen wir noch ein Versorgungsmodul. So, können wir richtig schön viele Einheiten bauen. Reaktor vollständig. Festungserweiterung vollständig. So, noch Reaktor brauchen wir eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das schon viel zu viel hier. So. Wie sieht es aus? Splittergranate. Das Zeug. Das Zeug. So, wir können hier jetzt schön alles upgraden. Ein paar Versorgungsmodule hinbauen. So. Das sollte eigentlich reichen. So. Können wir alles bauen hier, was wir wollen. Müssen wir jetzt noch warten, bis die Dinger fertig sind. Und ich würde ihn gerne noch reparieren können. Selbstzerstörung. Vollständig. Okay. Ja, ne, das machen wir nicht. Highspeed-Geschütz. Ja gut, das ist jetzt noch nicht so schlecht. Wie sieht es aus? Mittleres, Reserven, mittleres Geschütz brauchen wir noch nicht so Adrenalin. Das können wir schon mal machen. Sanitäter, Blendgranaten. Das können wir die ersten hier schon wieder upgraden. Dauert ja nicht so lange. Versorgungsmodul aufgerüstet. Sehr schön. Gut, dann kriegen wir jetzt ordentlich Zeugs hier ran. Versorgungsmodul, Versorgungsmodul. Durchdringendes Geschoss. Versorgungsmodul vollständig. Adrenalin erforscht. So, jetzt noch das hier. Und dann haben wir alles. Und das letzte Rüsten war noch gleich aus. Auf. Versorgungsmodul vollständig. So, was können wir machen? Sanitäter. Na, beim Zusatz, okay. Saltenfeuer erforscht. Sunny wäre schon mal nicht schlecht. Versorgungsmodul aufgerüstet. Was machen wir? Doppelraketen. Wolverine wäre nicht schlecht. Wir machen mal ein. So, da warten wir noch. Hier. Mega-Sperrfeuer. Naja, Wulcher wäre schon nicht schlecht. Ja, fehlenden Schaden. Genau das. Sonitäter erforscht. So, Sunny haben wir. Können wir jetzt ORST-Super-Einheit. Was? Was kann der denn? Verbessert Marine... Och, Mensch. Zu Orbital-Absprung-Schock-Truppen-Super-Einheiten. OSTs sind in jeder Hinsicht besser als Marines, da sie von der Spirit of Fire überall auf dem Schlachtfeld abgesetzt werden können. Okay. Das wäre nicht schlecht. So, wir haben jetzt ordentlich Zeugs. Mega-Sperrfeuer. Dann machen wir gleich eine Vulture. Bordgeschütze machen wir auch noch gleich. Ein paar Hornets dazu als Begleitung. Und dann kommen die Spartanen hier auch noch zum Einsatz. Alles abgegradet? Ja, sehr gut. Genau, ein schönes Geschütz hin. Jetzt kleine Vorsichtsmaßnahme. Du bist eh gleich platt. Ah, du darfst nicht an die Front. Auf gar keinen Fall. Meine Hornet ist noch da. Wolverine. Das Gauss-Geschütz. Ja, das hat Forge ja dran. Geschütz vollständig. Ich würde mal sagen, dass der Warthog vielleicht Doppel-Argeten erforscht. Auch irgendwann dann reparieren kann. Der Sperrfeuer-Upgrade erforscht. Oh, das war's dann auch. Okay, Vulture. Machen wir noch das Gauss-Geschütz. Und dann greifen wir schon mal an. Spartaner kommt von hier. Hier ran. Und die Vulture mit den Hornets kommt dann von hier ran. Ding ist, das Ding hat schild. Das ist blöd. Und ist natürlich auch befestigt. Allen möglichen Zeugs. So, du gehst mal... Ja, du kannst hier hingehen. Ach, da sind ja gleich ein paar. Dann gehst du eben hier. So, ihr beiden kommt mal mit hier. So, wo ist die Vulture? Da kommt sie. Radarstörsender. Feindliche Raketenstörne ablenken. Wäre nicht schlecht, hilft aber nicht so viel. Durchdringende Geschosse. Und dazu gleich eine Cobra. Napalmzusatz können wir machen. Mittleres Geschütz. Ein bisschen was verbraucht gleich dazu. Da ist sie, die Vulture. Wird ja auch nicht. Wenn er einen großen Angriffs macht. Rückt mal so ein bisschen vor. So langsam. Dauert ja ein bisschen, bis jeder hinkommt. Navigiere. Napalmzusatz erforscht. So. Gibt es hier eigentlich irgendwas? Was, was man machen kann? Das Geschoss erforscht. Könnte man einen Reaktor einnehmen anscheinend? Okay. Geschütz aufgerüstet. Ich würde jetzt mal sagen, ihr könnt schon mal da das Geschütz angreifen. Und da kommen die nächsten Geschütze. Erstmal alle Geschütze weg. Der Rest kommt dann später. So. Ein Schild ein bisschen runter. So. Die sind ganz schnell weg hier. So. 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 Ganz schnell wechsle ich doch. Gut. Die Wulcher macht einiges an Schaden schon. Sperrfeuer. Ordentlich was? Wir machen mal das Zeug hier kaputt. Anscheinend für Fahrzeuge irgendwas. Wie das aussieht. Oh ja. Wurde das aufgebaut. Anscheinend Geschütze oder sowas. So. Ordentlicher Angriff. Wir greifen nach. Anscheinend für Fahrzeuge Na gut so langsam. Greifen die ordentlich an hier. Natürlich auch durch die Gebäude durch. So. Weg damit. viel hat das Ding nicht mehr. Ja. Sieht das super aus. Ach die Spartaner. Stimmt. Die sind ja auch noch da. Ja. Gottmeier. Ihr wollt auch noch ein bisschen zur Party kommen. Kein Problem. Und schon weg. Feind anvisiert. Na? Und da ist er weg. Und das Ding ist auch weg. Super. Was? Ich verschwinde schon? Sergeant Forge melden Sie sich sofort auf der Brücke. Wir haben ein neues Problem. Oha. Aber wir haben die Mission abgeschlossen. Sehr schön. Puh. Haben das lange gedauert. Gefühlt. Geduld ist eine Tugend. Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. Ja. Geduldig waren wir jetzt mit dem letzten Schlag. Natürlich die Wulcher. Äh die jetzt habe ich den jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Naja. Das große Ding was gerade alles zerstört hat. So nenne ich das jetzt einfach. Ist natürlich ein bisschen sehr sehr doll. Aber gut. Er soll uns jetzt nicht davon abhalten die zu benutzen. Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu Halo Wars. Bis dann.